6, 5, 4 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 4 Kleiner Täter hier hat es gleich, nicht ganz nach nichts zurückgespielt, weil es über 30 Stunden ist. So, 1, 2, 3, hier alles gleich, es heißt, Lars, B, Fumbo, Gornigmann, Basel, Markus, Gornel, Fabian, Daniel, Andreas, Fabian, Stefan, Lufka, Fabian, Daniel, Moga. So, der Führersee ist momentan am Höchsting. Die Füße, die Fumbo-Melle, die kommt auf die Stadt, Gornel ist der Humbo, Gornel, Fabian, Gornel, Fabian. Wie merkt man, die Fumbo-Melle wird schneller, wir haben euch absolut eine Sekunde aufgehoben. Da wurde noch ein Backen der Zigarre, 3 Minuten 50 zu fahrt, Fumbo-Melle, Gornel, Fabian, Daniel. So, da ist ein Teller passiert, im Hinblick. Im Hochschlag ist etwas gleich, drei Positionen gekostet. So, nach wie vor, unten vorne an der Strecke, wir sehen, wir waren über. Fabian, sobald ihr seht, das ist Moran-Staaten-Auto. Und der dritte Patient ist der Markus, der mit dem Haaren-Talazone. Eins, zwei, drei haben wir jetzt schon ein bisschen gut. Wir haben ein paar Sekunden aufgehoben. Wir haben die Kastik, das heißt, wir haben die Kastik, das heißt, wir sind jetzt die Kastik, aber wir haben nur noch drei Minuten zu machen. Die Kastik, die Kastik, das ist sehr gut eingenommen. Es sind ganz, ganz wenige Kinder, wo es nicht ist. Das ist auch ein bisschen hoch, jetzt wird es bei Kastik, die Kastik von Kastik, auch zwei Kastik, die Kastik, auch zwei Kastik, und zwei Kastik, drei Wagen auf den Kastik. Die Kastik, die Kastik, die Kastik, die Kastik, die Kastik, und jetzt schauen wir nach, ob wir es wieder von auftauchen. Der Kastik von drei, zwei Sekunden sind noch. Der gleiche Anstand vom Markt, das ist die Kastik. Der gleiche Anstand vom Markt, das ist die Kastik. Der gleiche Anstand vom Markt, das ist die Kastik. Die Kastik, da haben wir 5, 6, 7, 1 Sekunde. Kannst du dir jetzt noch zwei Minuten reißen. Kannst du dir uns für den Tagessieg holen? Oder ein paar oder drei Minuten gehen wir vor, und wir werden sehen. Da haben wir unsere Positionen. 6, 7, 8, 7,5 sind ein paar Sekunden. Und die 9, das wird schon noch eine Sekunde auseinander. Auf die vier, wir stehen fünf genug. Sechs und Andrea sind gebar. So, jetzt einmal den Zähler. So, auch eine Gnade-Vorpombe, da hat man schon erwartet. Wartig vor, die 2er hat sich unter Wartig aufgezeichnet. Jetzt noch 1,40 Minuten. Jetzt muss ein Angriff kommen, sonst wird es irgendwann gesetzt, hier auf der Fahrt steht. Position 2, das heißt 3er, holt jetzt auch noch die Wartig. Das muss ich jetzt nur noch ein bisschen runden lassen. 1 Minuten, 20 Minuten. Ja, so schwarz, das ist sofort, das sieht man nach Hause. Wenn Sie so weit davon aus, sollte das kein Problem sein. Wartig zu maßvollständig, das ist hier zum Platz 2. Das ist nur noch ganz schön Wasser, aber blau, wenn Sie so schlafen, wie Sie so kontrollieren. Wir haben noch eine Minute 14. Oh, da haben wir einen Schaden, das ist jetzt weg. Nur in 20 Minuten. So, Platz 2. Die kommen jetzt auf dem Säbel zu. Sattel, Kofa und der Marsel. Lagen noch 59 Minuten. Wahrscheinlich so, dass die Rekordkühlen hier rüber ist. Ich werde es wohl überwenden. So, das darf schieben gleich zu. Ich schiebe noch die Alkoholküfte. Die Rekordkühlen hier rüber. Ich glaube, wir haben das geladen. Bitte in den Runden lassen. Die Tür wird von 3,5 Minuten. So, Wartig von Marke. 30 Sekunden. Die letzten zwei Runden für die beiden. Komm jetzt zur Position 2. 2. Das System ist jetzt am Leben. Ich bringe einen großen Strom. So war ich schon erwarten nach dem Säbel. So geht's, scheint die Position 2 auch sicherer zu werden. Das heißt, der Rufbuch ist klar vor Ort. Und ein Ruf auf zwei Fahrten, vor drei. Der Rufbuch. Wir haben jetzt noch 12 Sekunden zum Bahn. Das heißt, eigentlich umfällig herausgegeben. Die absolute Bestzeit, die wir haben gesagt. Das ist so vom Rufbuch aufzustellen. Der ist jetzt bei uns auf den Zittelfahren. Wenn ihr gerade hier sehen, kommt ihr uns sehen. Das ist ein Strafrecht. Jetzt wird sich die Vorweilbahn-Adresse. Patrick Rufbach dreht uns relativ. Der Rufbuch ist auf. Alle anderen müssen die20 combined. Der Stefin ist hier für Habers-Werder G backed. Der Rufbuch